Willkommen, Abenteurer und omniplanetarische Reisende auf dem sonnigen Planeten Arboria, Heimatwelt der Kanonenkugel. Obwohl hier ein wunderbar tropisches Klima herrscht, müssen die jungen arborianischen Pellarota fast die ganze Zeit drinnen pauken. Die Schule geht geschlagene zwölf Stunden am Tag. Gar nicht so einfach, sich aus Lernen zu konzentrieren bei dem schönen Wetter. Kaum ist Schulschluss, stürmen die Pellarota nach draußen und genießen das traumhafte Leben am Strand. Diese kugelrunde Spezies kann sich zu einem Ball formen und ihren Körper als Waffe oder Werkzeug benutzen. Aber vor allem können sie so den perfekten Bauchklatscher hinlegen. Arborianische Pellarota können sogar unbeschadet aus der Stratosphäre springen. So spaßig das auch aussieht, nachmachen solltet ihr das nicht, denn im Gegensatz zu den Pellarota sind Menschen nicht unzerstörbar. Zum Glück entdecken wir noch andere Planeten. Weiter geht's!